Hey Leute, da sind wir wieder auf Mothership CETA. Ich bin noch mal in das Ding reingegangen, nachdem ich mich zu dem Kontrollgerät Wo ist hier noch was drin? Ne, das Bio-Gel auch. Hallo. Nachdem ich ihn noch mal zu dem Kontrollgerät schlau gemacht habe. Und das hat einfach einen Alien hier dabei, den wir einfach vergessen haben zu looten. Hier dieser Ascher auf dem Hatte. Das Kontrollgerät, das haben wir jetzt sogar, das ist glaube ich bei Sonstiges oder was dabei? Wo ist es denn? Ich habe es schon aufgehoben. Ich hätte es vielleicht nicht gleich rausnehmen, sondern hier. Das sieht aus wie so ein Fidget Spinner mit dem Griff dran. Machen wir da mal so eine Drohne auf. Aktivieren Sie den Port. Hilfsdrohne. Wie ist die Drohne hier? Folgt die uns? Auf jeden Fall ist er uns zumindest nicht mal feindlich gesinnt. Naja, gut. Dann schleunigst wieder raus. Ja, das war in dem Bereich, nachdem wird das... Natürlich ist der Teleporter aus. Nach dem kaputten Förderband quasi. Hier hinter dem Ding guckt. Hier ist der Ausgang, wo wir uns reingesprengt haben ins Förderband. Dort ist dann das Alien halt. Das müsst ihr umbringen und dann lootet ihr den Drohnenkontrolleur. So. Aber jetzt, wie gesagt, wie schon vorher geprophezeit in der letzten Folge, machen wir uns aber jetzt schnurrschrax auf ins Kryolabor. Ich denke mal, dort werden wir auf jeden Fall auch einige interessante Sachen finden. Auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Lore-Sachen. Denn dort wird es ja bestimmt mal einige eingefrorene Leute geben. Aber erstmal werden wir uns dann... Oh, die Drohne kommt mit. Nur noch ein einziger Generator. Dann können wir zur Spitze des Raumschiffs gehen und die Aliens genau dort treffen, wo es ihnen am meisten... So. Ich soll also Wache schieben, was? Na wunderbar. Könnten wir sie denn in die anderen Bereiche mitnehmen? Das ist dann die Frage, ne? Es ist ja schon so, dass man... Was willst du? Warum kommt sie eigentlich immer angespackt, um mit mir zu reden? Auch wenn es nichts Neues gibt. Nur noch einen einzigen von diesen... Mach schnell den letzten Generator unschädlich. Ich fühle mich in der Nähe dieses riesigen Triebwerks nicht mehr wohl. Kannst du mir ein adoptiertes Bio-Gel machen? Klar doch. Hier, bitte. Da haben wir welches gekriegt. Ja. Was hast du auf dem Herzen? So, du kommst jetzt mit. Ich müsste dir helfen können. Wenn da noch mehr Leute im Tiefschlaf sind, könnte ich sie wiederbeleben. Du musst mir nur den Rücken frei halten. Nice. Ich glaube, du solltest... Ne, okay. Wo ist der Cargo? Oh, sollte ich etwa auf ihn aufpassen? Ich weiß nicht. Vorhin war er noch hier. Muh. Gut. Dann stellt sich raus, dass es der Endboss ist und wir haben ihm seine Waffe wiedergegeben. Ach hier, er hat es 22 Bio-Gel entfernt und 22 hinzugefügt. Der nimmt also immer gleich alles, was wir gefunden haben. Gut gemacht. Nur noch ein einziger Generator. Das ist gut zu wissen. So, dann würde ich sagen, können wir endlich hier weitergehen. Geht hier mal durch unseren ganzen Waffenvorrat durch. Ne? Und zieht ins Cryolab rein. Cryolab. Also eingefrorenen Leute gibt es hier. Hilfsdrohne ist auch dabei. Ist immer gut. Na, wie sieht es denn hier aus? Das ist schon so ein Dunst. Ungern will ich dein Ding kosten. Erliert, aber wenn du auf den Dingens schießt, wäre mir das recht, ja. Okay, haben wir schon einen Freilassungsmechanismus. Weiß dich. Ach so, hier ist irgendwie. Ist hier einer drin? Sieht ein bisschen kleiner aus, ne? Feuer! Was zum Henker machen diese Aliens da drin? Gute Frage, ne? Leute verstümmeln. Keine Ahnung. Was Aliens halt so machen. Kühe fressen. Keine Ahnung. Äh, Kornkreise. Wo bist du denn? Ach da, hast du wieder ein paar Alienfreunde gesammelt. Alter, wie der mich gedodged hat, der eine Typ. Aliens auf die Kro... Der hat sich jetzt nicht ernsthaft so einen dämlichen Schockknüppel geschnappt. Ich bin getroffen. Komm schon, ihr Mistkerle. Aliens, du stirbst gleich. Pass lieber auf. Das liegt nicht nur daran, dass du auf einmal einen Schockknüppel als Waffe verwendest, anstatt einem Sturmgewehr. Ja, das war doch in Ordnung. Oh, willst du auch mal davon kosten? Oh Gott. Achso, ja, gut, mach du die, die anderen, die kleinen. Aber da verliere ich wenigstens kein Karma. Hier sind überall jede Menge Schalter und Kram. Oh. Haben wir jetzt so Kapseln dort hochgeholt? Cool. Bitte? Ein Raider. Das hat mir irgendwie gefehlt. Ein Ghoul Reaver? Ach, boah, boah. Spreng mal am besten gleich Elliot in die Luft. Dann ist man unsere Drohne zerlegt. Bitte spring nicht Elliot in die Luft. Ich bin getroffen. Er hat Elliot getroffen. Ach, warum kommt denn dort ein Ghoul Reaver raus? Als ob die Ains es geschafft haben, so einen mitzunehmen. Das müssen wir laden. Vielleicht sollten wir ein bisschen langsamer erstmal hier durchgehen und uns nicht mitten in den Feig stürzen. Die Hilfsdrohne ist auch nicht sehr hilfreich, habe ich gemerkt. Wir hätten eine Wächterdrohne rauslassen sollen wahrscheinlich. So. Oh. Na, komm. Langsam geht mir diese Alienwaffe auf den Sack. Das Problem ist, wir haben hier nicht einen guten Nachschub an Munition für unsere anderen Waffen. Beziehungsweise nicht einen guten Nachschub an Waffen für unsere Waffen. In dem Moment, wir kriegen doch dieses Harz. Das könnten wir ja eigentlich benutzen. Ha. So, was ist das hier? Cryo Storage. Okay, als ob es hier jetzt noch ein Subgebiet gibt. Naja, das hat mir noch gefehlt. Wo ist Elliot? Ach Gott sei Dank, er ist hinter mir. So, gehen wir erstmal hier runter. Epoxidharz. Wie viele haben wir eigentlich inzwischen davon? Damit könnten wir ja unser ganzes Waffenarsenal reparieren. Leider können wir keine Rüstung damit reparieren. Das fände ich nützlicher. Ei, ei, ei. Was ist denn los? Sind die hier dahinter? Ne. Ich sehe dort einen Heilbogen und Kram dahinter. Das wäre schön. Könnten wir dort... Elliot, warum gehst du weg? Das ist doch hier gerade die Treppe hoch. Bleib bitte bei mir. Ne, dass du wieder eben Ghoul Reaver in die Arme springst, den wir dann freilassen. Da seht ihr, wie squishy die sind, ne? Die halt können überhaupt nicht tanken. Also zumindest eher nicht. Die Bronsen kamen ja nicht ganz so squishy vor. Wo hat der denn jetzt schon wieder die Feinde entdeckt? Wir können dort nicht durch, Elliot. Siehst du das? Naja gut. Das hat einen Support dann, ne? Also... Er macht uns Heilkram. Also es ist schon logisch, dass er nicht ganz so... ...belastbar ist. Was haben wir hier jetzt eigentlich freigelassen? Unten das Ding? Tatsache. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Da ist Loot drin. Und ein Heilbogen. So, und Wunderkleber. Aus irgendeinem Grund benutzen die doch nicht, oder? Oder P-Schläuche. Biogil. Munition und Krempel. Einzelne Zigaretten. Richtig, Wurf. Aber wir lassen den meisten Kram davon mal hier liegen lieber. So, Wurmnahrung. Jede Menge Desintegratoren. Dass Elliot nicht mal irgendwie eine von... Oder andere NPCs diese Alien-Waffen aufheben. Das wundert mich. Ich meine, die müssten doch eigentlich wesentlich besser sein, als denen ihr Kram. So ein Standard-Sturmgewehr oder was auch immer Soma hat. Oder die Pistole von Porsen. Na, vielleicht ist das aber auch eine Special-Pistole. Wo ist er? Ich habe aber schon wieder gehört, dass er über uns ist. Na, klasse. Gibt es hier noch was, Loor, oder so? Wir müssen ihm zu Hilfe ein. Der rennt weg. Vor irgendwas. Wahrscheinlich vor den Aliens. Warum wundert mich das nicht? Immer mal ein Quicksave haben wir ja gelernt, ne? Nur beim Robot-Ding sind wir instant durchgekommen, ne? Und das ist auch nur wahrscheinlich, weil Soma nicht mitgekämpft hat. Sensoren neu. Wir können die alle aktivieren, hier. Das ist cool. So, die helfen uns doch jetzt. Warum muss der die immer gleich festtanken? Das verstehe ich nicht. Okay, es hat tatsächlich Zechen, den Atomisator aufgehoben. Ei, ei, ei. Geben wir den mal an, packen zielte Headshots hier. Der mysteriöse Fremde, ja, er hat den zerlegt. Nice, der könnte uns eigentlich die ganze Zeit... Die ganze Zeit beistehen. Boah, er hat wieder diesen dämlichen Knöppel aufgehoben. Okay, auf jeden Fall hat es ziemlich geholfen, scheinbar, dass wir die ganzen Drohnen aktiviert haben. Auf jeden Fall geben die ordentlich Meat-Shields ab. Oder in dem Fall halt kein Meat, kein Fleisch, sondern einen soliden Alien-Stahl. Oh ja. So, aber jetzt wird erstmal gelootet hier. Jede Menge Alien-Waffen immer wieder. Heilbogen können wir auch mal durch gleich. Erstmal looten wir hier. Zack, zack, zack. Na, den Stab wollte ich nicht, ne. Werden wir dann mal wieder raushauen. Oh, der hat auch noch so einen Stab dabei. So, heilen wir uns mal. Und dann... Hier ist eine Tür. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen auf die Map gucken. Cryo-Storage. Da ist auch unsere Markierung drauf, tatsächlich. Also wir sollen in die Storage gehen. Dort ist der Generator, oder was? Aber hier ist Lore, tatsächlich. Haben wir noch... Oh, wir hatten noch eine andere. Das ist meine letzte Nachricht. Wenn das nicht funktioniert, hoffe ich, dass jemand diese Aufnahme findet und auf die Erde zurückbringt. Ich habe herausgefunden, wie einige dieser Alien-Apparate, zum Beispiel dieses Aufnahmegerät, funktionieren. Und was sie mit unserer Welt vorhaben. Sie wollen so viele von uns haben, wie sie können und uns in... In Monster verwandeln. Viele sind bei ihren Experimenten schon gestorben. Sie halten uns in Zellen und bringen uns einen nach dem anderen in ihre Versuchslabors. Ich konnte flüchten, aber sie sind mir auf den Fersen. Ihr müsst uns Hilfe schicken. Sie werden nicht aufhören, bevor sie nicht Hunderte, vielleicht Tausende von uns gekidnappt haben. Das Spiel ist abgestürzt. Klasse. Dabei waren wir doch gerade dabei, die Offenbarung zu erfahren. No. So, da bin ich auch schon wieder. Gut, dass wir mal irgendwo gequicksafed haben. Okay, noch bevor... Vor dem Fight. Oh no. Ich dachte, wir hätten nachher schon mal gespeichert. Mist. So, aber wir aktivieren wieder die Drohnen hier. Die hier aus irgendeinem Grund einfach rumstehen. Nicht in ihren Pots. Ja, was machen die nur da drin? Wir waren ja schon dabei, uns die Lore anzuhören. Aber nein. Feuer! 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 Stirb du, Alien. Ausfall! bene Senioren... Leine! with your Der schlechteste Gedanke von ihm. Die Drohne, die hier alleine fertig gemacht, die eine Drohne, das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Wir hören mal wieder in die Aufnahme rein. Sie wollen so viele von uns haben, wie sie können und uns in Monster verwandeln. Viele sind bei ihren Experimenten schon gestorben. Sie halten uns in Zellen und bringen uns einen nach dem anderen in ihre Versuchslabors. Ich konnte flüchten, aber sie sind mir auf den Fersen. Ihr müsst uns Hilfe schicken. Sie werden nicht aufhören, bevor sie nicht Hunderte, vielleicht Tausende von uns gekidnappt haben. Die gute Nachricht ist, dass sie vollkommen von ihrer Technologie abhängen. Ohne sie sind sie kein bisschen stärker als ein Mensch. Eine kleine, gut ausgerüstete Truppe könnte dieses Schiff einnehmen und alle Gefangenen an Bord befreien. Das ist eure einzige Chance. Ich muss jetzt weg hier und dieses Band verstecken. Ich wünsche uns allen viel Glück. Wir können es brauchen. Na ja, okay, wir übernehmen ja quasi das Schiff inzwischen schon. So, hier war die andere Lore. So, Notiz 2. War im anderen Raum auch eine Notiz? Ich gehe noch mal gucken, während wir die hören. Oder auch nicht. Kommt da was? Was ist denn das für eine Scheiße? Ein Sexspielzeug für frustrierte Marsmännchen? Du perverses Arschloch mit mir nicht! Okay, geht's nochmal. Ah, verdammte Scheiße! Du verficktes Stück Dreck aus dem Aal! Ach, als ob jetzt schon wieder das Spiel ge... Was soll denn das? Also langsam macht's keinen Spaß mehr. Ich glaub, wir haben wieder nicht gespeichert gehabt, ne? So, meine lieben Zuschauer und Freunde, da sind wir wieder. Ich hab jetzt schon mal voraussehenderweise offscreen noch die Gegner gekillt. So, das heißt, wir können jetzt endlich hier mal ein bisschen Fortschritt machen. Und mal wieder die Pods hier aktivieren. So, wir gehen hier gleich mal rein zum Facetanken vom Ghoul Reaver. Bevor uns Elliot wieder verreckt. Ja, erstmal der Raider. Okay, ne, er musste... Achso, diesmal ist nur ein Leuchten da rausgekommen. Das soll ja nicht so das Problem sein. War aber auch schon irgendwo sinnlos, ne? Was war noch? Hier ist ein Raider, ne? Der hat einen Finger dabei, super. Sogar aus dem Aschhaufen gezogen. Und dann können wir auf der anderen Seite nochmal... Und dann wahrscheinlich noch einen Raider und noch einen Ghoul. Okay, das ist diesmal aber wirklich ein Reaver wieder. Du musst da jetzt auf Elliot gehen. Ich bin getroffen. Oh Gott, ja, mach erstmal den Raider. Der Reaver-Fokus ändert aber auch nicht mal seinen Fokus, ne? Stirb endlich, danke. Elliot lebt noch, Gott sei Dank. So, dann hätten wir das erstmal hingekriegt. Das war schon ziemlich sinnlos, ne? Geh mal weiter los. Wir haben noch fünf Minuten. Da wollen wir noch was schaffen hier. Und natürlich mal wieder ein Save. So. So, das hatten wir vorhin schon mal aufgemacht, ja? Was weiß ich noch? Oh Gott, da unten sind wir getarnte Aliens. Sieht euch diese Kryo-Kammern an. Sie haben vor, die ganzen Kammern mit... Mit Menschen von der Erde zu führen, darfst du durchaus schmachten. Warum hat er sich nicht geheilt? Normalerweise heilen die sich doch, wenn man Out of Combat ist. Immer diese Aliens, ey. Ich hätte gerne mal ein paar andere Gegner... Obwohl, wir hatten ja gerade andere Gegner, ne? Raider und Ghule. Ach, hier ist ein Geschützturm. So, jetzt ist hier kein Geschützturm mehr. So, Elliot. Dann können wir uns hier jetzt mal weiter umgucken. Okay, hier sind Menschen drin. Interessant. Können wir hier wieder irgendwas hochholen? Okay. Können irgendwie nichts machen, ja? Hier. Was kommt hier raus? Ein normaler Ghule. Unspektakulär. Yay, noch ein paar des Integratoren. Hat noch nicht genug, ne? Und wieder das gute alte Alien-Loot aus den Alien-Kisten hier. Ach du Scheiße, wie oft können wir denn jetzt hier die Leute hochholen? So, hier war erst ein Nebenraum, ne? Was ist denn hier drin? Guck mal, hier ist der Aufseher-Raum, wie es aussieht. Können wir hier alle auf einmal aktivieren? Oh ja, sieht so aus, als hätten wir das jetzt gemacht. Nicht unbedingt der beste Plan, aber hey, so sparen wir Zeit. Oh, Elliot ist natürlich vorgestürmt. Lässt sich jetzt von den Ghulen verkloppen. Natürlich ist hier noch ein Reaver rausgekommen. Lässt sich halt wirklich killen, ne? Ne, Moment, das sind Raider. Wo ist Elliot? Ne, ist gut, wenn er sich hier rausfällt. So, ne. Der Raider hat aus irgendeinem Grund eine Magnum dabei. Weiß nicht, wer sich das hier ausgedacht hat. Ah, der gehört verprügelt. Jetzt haben wir jetzt Aller hier aktiviert. Raider, sie sollen sich Elektroschockstäbe schnappen. Nur hier auf dem Mutterschiff. Wir wollten doch noch in das kleine André Kapufdut gehen. Mensch, ins Kinderspiel. Ja, Türsteuerung. Aktivieren Sie die Tür. Danke. Gott sei Dank, hier gibt's Loot. Das entschädigt mich dann doch immer für meine Nerven. So. Tintenfischnachung, immer lecker. Hier sind Ausrüstungsteile und Scheiß von den Raidern und so. Ja. Danke, das interessiert mich irgendwie herzlich wenig, was so drum liegt. Jukiel. Chinesischer Kommandohut. Warum liegt der denn hier rum? Gartenzwerg, ne? Das ist cool, wenigstens. Leere Brauseflasche. Nur Shit hier. Ist das also irgendein Kapuf, wo sie das Zeug aufbewahren, das sie von den Typen abgenommen haben, die sie hingefroren haben? Nicht unbedingt das Loot, was wir erwartet haben, ne? Naja. Gut, ne? Man kann ja nicht überall irgendwie einen Gatling Laser looten. Ist schon richtig. So, gehen wir mal weiter. Irgendwie müssten wir hier nochmal irgendwann zu einem Generator kommen, ne? Oder zu irgendwas. Das Spiel ist wieder abgeschmiert. Ist, 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 ist. So, da sind wir inzwischen, glaube ich, zum vierten Mal in der Folge. Geistesgegenwärtig hatte ich ja scheinbar kurz hier davor einen Quicksafe gemacht. Gott sei Dank. Das Spiel will uns nicht um diese Ecke gehen lassen. Ich weiß nicht, warum das gerade in dem Kryolabor jetzt ständig abstürzt. Ich meine, die, die Folgen davor, die ich aufgenommen habe, haben doch super funktioniert. Okay. Tür. Was haben sie denn hier noch? Was ist eine Art Operationssaal? Moment mal. Was zum... Nein. Nein! Das ist meine Kompanie da drin. Was zum Teufel haben diese Aliens vor? Ihr verdammten grünen Mistkerle! Lasst meine Jungs in Frieden! Es muss einen Weg geben, die Sicherheitssperre zu öffnen. Vielleicht gibt es auf dieser Konsole hier... Wie gefällt euch das, ihr Arschlöcher? Wie fühlt es sich an, einmal einzustecken, statt auszuteilen? Experimentiert an euch selbst drum, ihr Hurensohne! Ah. Aliad hat sich mal was Nützliches gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ah, guck mal, der große Plotwist ist jetzt hier... Seine Kompanie ist hier eingefroren. Leider haben sie keinen Loot dabei. Schade eigentlich. Hast du noch was dazu zu sagen, Aliad, oder? Mein Gott, nein! Was haben die nicht mehr erreicht? Ich will nicht mehr dauernd davonlaufen. Machen wir sie fertig und schauen wir, dass wir nach Hause kommen! Das ist doch schon mal ein Plan. Oh, hier liegt Krempel um. Reddix. Und Strahlenanzüge, warum liegen die hier rum? Hatten die die dabei? Also die Soldaten? Möglich. Möglich ist es. Ach, hier liegen auch noch Sachen. Aber wie lange experimentieren die jetzt schon an denen eigentlich? Der wurde ja irgendwann vor dem Krieg aufgesaugt, ne? Oder zumindest während dieses Chinesen-Ancourage-Kriegs... Oh, guckt mal, noch ein paar Aufzeichnungen. Das ist hier in Lore. Nicht, dass wir die vergessen. Geh nochmal schnell zurück. Der hat ja jetzt hier ziemlich abgesagt auf einmal. Naja, gut. Hier ist nix. So, hören wir uns mal die Lore an. Achso, wir hatten ja auch noch die Zwei. Mit dem Ficker. Und dem Sexspielzeug. Was? Was ist denn das für eine Scheiße? Ein Sexspielzeug für frustrierte Mars-Männchen, du perverse Arschung! Oder ich halte mal kurz das Ding an. Okay, der will jetzt die Typen wieder beleben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Diese Jungs sind die einzigen Überlebenden aus meiner Kompanie. Sie sind meine Freunde. Im wachen Zustand können sie uns sicher helfen. Sie werden nicht lang durchhalten. Aber sie hier zu lassen. Weißt ja, wie es den anderen ergangen ist. Wie lange halten sie durch, wenn du sie wieder bleibst? Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ich glaube, sie werden bestenfalls ein paar Minuten lang auf den Beinen bleiben. Keine Ahnung, was ihnen die Aliens bereits angetan haben. Ich verstehe diese Anzeigen nicht. Es kann sein, dass sie Höllenqualen leiden. Diese Technik ist zu kompliziert für mich. Ich muss also improvisieren. Mehr kann ich leider nicht tun. Ich glaube, ich habe entschieden, was sie tun ist. Ich weiß wirklich nicht, was das Beste für sie ist. Wie hast du dich entschieden? Weck sie auf und lass sie an unserer Seite kämpfen. Wir haben aber eine Sprachantwort, um ihn davon abzubringen. Wir haben ein Ziel so da. Wir machen uns sofort auf den Weg. Weck sie auf und lass sie an unserer Seite kämpfen. Aber denk dran, dass sie nicht lange leben werden. Ich muss die Vitalfunktionen genau überwachen, während ich sie über die Konsole mit den richtigen Lösungen Vollpumpe und aufwecke. Auf mein Zeichen öffnest du die Tanks mit diesem Schalter. Ja, nicht früher. Wer weiß, was sonst passiert. Okay. Gut. Die brauchen ja einen Schlüssel. Das hier leitet wohl die Auftaufphase ein. Blutdruck scheint normal. Herzfrequenz auch akzeptabel. Puh. Ich hoffe bei Gott, dass das funktioniert. Öffne die Tanks. Wenn ich alles richtig gemacht habe, leben sie noch. Kompanie, herhören. Ich fühle mich, als hätten sie nicht durch den Fleischwolf gedreht. Was ist passiert? Aber ihr müsst mir vertrauen. Wir sind gekidnappt worden. Von Aliens in Anchorage. Aber jetzt sind wir wieder frei. Hier, nehmt diese Waffen und folgt mir. Zeigen wir diesen Aliens, was die US Army auf dem Kasten hat. Kompanie, mir nach. Los! Okay. Holen wir das Beste aus diesen Leuten raus. Einen Moment noch. Hm. Ich werde etwas von diesem Kryopräparat mit zum Triebwerk nehmen. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Verdammt. Das brennt wie Feuer. Mir tut der Magen weh. Aber das halte ich schon aus. Okay, wir haben jetzt die Typen dabei, aber... Jetzt können wir auch hier in die Kryo-Storage rein. Wir konnten schon von woanders dort rein. Aber leider ist die Folge jetzt zu Ende. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter mit den ganzen komischen Soldaten, die wir jetzt dabei haben. Mal sehen, wie lange die wirklich durchhalten. Ja. Hoffentlich das nächste Mal mit weniger Crashes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.